Hallöchen Leute, ich heiße euch wieder mal Willkommen zurück zu einem Super Mega Random Flash Game. Diesmal mit Bloons Super Monkey. Das Spiel habe ich nicht gespielt, ich habe nur kurz reingeschaut, das ist so ein Shoot in Abteil, aber ich bin, wie ihr wisst, ein großer Fan von Bloons Tower Defense und teile sehr viel von den Jungs von Ninja Kiwi. Jungs und Mädels natürlich, ich werde niemanden diskriminieren. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie das Spiel wird, ich glaube es wird cool und es gibt auch Super Monkey 2, aber das schauen wir uns ein anderes Mal dann an. Und Start, vorausgesetzt das Spiel ist cooler, ich denke mal schon. Oh yeah, ich bin ein Affe. Ich muss 150 Ballons kaputt machen, okay, jetzt kriege ich hin. Ah, schießen die auf mich? Nein, die bringen mir Kuh. Was bringen die Punkte? Okay, das scheint mir noch nicht so schwer zu sein. Super Bomb! Oh, großer Gott! Space Invaders! Ey, ich bin ein... bin ich ein Fan von Space Invaders. Ich denke auch nicht mehr als jeder andere auch. Space Invaders ist ganz nett, aber... Hit Escape for Upgrades. Ich hit der Escape! Ich finde aber keine Upgrades. Verdammt! Wie mache ich hier Upgrades? Leertaste? Nein. Enter? Nein. Escape for Upgrades. Warum geht das nicht? Ah, ich muss... Okay, gerade eben ging es nicht. Okay. Also, wir haben... Wie viel habe ich denn? Power Blobs? 259, okay. Faster Darts, zu teuer. Boomerang. Oh! Evil Blaster Teil. Da kann ich wahrscheinlich dann was aussuchen, was ich so haben will. Okay. Finde ich ganz gut bisher. Ich will auf jeden Fall den Blitz haben. Das ist auch schon mal klar, weil die Superaffen hauen nur mit dem Laser so richtig rein. Der Blitz ist ja so eine Art Laser. Ruhe. Das stimmt schon, so wie ich das gesagt habe. Ich brauche 500 Punkte dafür. Ich glaube, die kriege ich hin. Und mir gefällt das Spiel, ehrlich gesagt. Sieht ganz schön aus. Aber wie gesagt, ich halte viel von Jungs und Mädels von Ninja Kiwi. Und deswegen habe ich schon mit einem relativ guten Spiel gerechnet. Bronze. Oh je. Das ist nicht so gut. Ähm. Ich möchte in die nächste Wave. Ja, so sieht es mal aus. Pop 500 Bloons. Das kriege ich hin. Früher oder später, irgendwann, kann ich dann im Spiel überhaupt auch sterben. Wahrscheinlich, wenn ich in den Ballon reinfliege. Aber das will ich jetzt auch nicht herausfinden. Das überlassen wir mal unserer Fantasie. Das wird schon früh genug noch passieren. Hey. Wieso? Achso, ich habe genug. Okay. Ah. Das bringt also der Blitz. Ah, der macht ein anderes Upgrade. Scheint mir aber doch recht effektiv zu sein, würde ich mal meinen. Ich meine, schaut euch das mal an. Schaut rein. Ja. So sieht es mal aus. Oh, der Laser ist super und so viele Punkte. Ich will ja, ich will ja alle Punkte. Gebe mir ja alle Punkte. Dann bin ich total glücklich. Ja, das bin ich. Dann, wenn ich die ganzen Punkte erstmal habe. Was soll ich denn als nächstes überhaupt upgraden? Na, ich glaube, ich mache jetzt was für 500. Will ich den Boomerang will ich und das will ich auch. Okay. Dann bin ich doch jetzt schon mal ganz gut vorbereitet. Alter. Jetzt mache ich schon mal richtig was kaputt. Das gefällt mir. Ach, ein wunderschönes Spiel. Ich glaube, das werde ich heute dann auch noch ein bisschen weiterspielen. Großer Gott. Wo kommt ihr denn alle her? Ich finde es auch schön, dass die Ballons hier auch so wie bei Tower Defense sind. Also die roten sind die ganz einfachen. Die blauen halten dann zwei aus und die grünen drei. Das finde ich cool, dass sie sich da auch dran halten bei dem Spiel. Und ich glaube, wir werden uns echt noch mehr Ninja Kiwi Spiele anspüren, weil die scheinen echt cool zu sein. Okay, noch 170 Ballons. Das kriege ich hin. Ich bin ja schließlich ein Super-Di-Duper-Di-Duper-Affe. Super Monkey Teil. Super Monkey Ball. Habe ich nie gespielt. Kennt ihr Super Monkey Ball? Habe ich nie gespielt. Habe ich schon erwähnt. Aber habe ich auch wirklich nicht. Ähm, 600. Na, 2500. Alter. Okay, ich möchte dann zwei Blitze haben. äh, beim nächsten Upgrade. Darauf spare ich jetzt. Das ist mein höchstes Ziel. Uh. Uh, Punkte. Ich wittere jede Menge Punkte. Und die möchte ich auch haben. Komm schon, komm schon. Punkte, Punkte, Punkte. Jawohl. Jetzt sage ich gleich die 1000. Oh, Leute. Gleich gibt es Super Laser der Zerstörung. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das könnt ihr mir auch glauben. Denn ich lüge nicht. Und? Kann ich da schon? Ne, jetzt kommt der später. Super Laser. Oh yeah. Ich bin der Super Monkey mit den Super Lasern. Legt euch nicht mit mir an. Denn das geht tödlich aus für euch. Ja. Ja, das ist wohl super. Ich finde ihn genial. Ich hätte auch gern so einen Super Affen. Gab es nicht? Ne, in Age of Mythology war das ein laser schießender Bär. Natürlich, das ist was ganz anderes. Den konnte man mit dem Cheat O Canada freischalten. Das hier zwar jetzt kein, aber hey. Wollte ich mal gesagt haben. Jetzt kennt ihr ein paar. Jetzt kennt ihr ein Cheat aus. Age of Mythology. Gebt O Canada ein. Und ihr bekommt einen laser schießenden Bären. Naja. Naja. Was werde ich mir dann als nächstes Schönes kaufen? Ich glaube, das andere war alles teurer als 1000, oder? Bin mir aber jetzt auch unsicher. Aber werden wir schon sehen. Werden wir dann schon sehen. Pop another 200 Bloons. Das kriege ich hin. Noch 200 Bloons. Und dann, ich meine, natürlich Bloons. Das sind ja keine Bloons. Das sind ja nur Bloons. Dann gibt es wieder voll die Runde zu Ende. Und dann kann ich mir voll die Upgrades kaufen. Und das wird dann voll super, fantastisch, großartig. Ja. Oh yeah. Hier sterbt ihr, Ballons. Ich warte mich, ob hier noch irgendwie herausfordernde Ballons kommen. Ja, wahrscheinlich auch erst später. Herausfordernde Bloons, natürlich. Ich bin ja noch komplett am Anfang. Sehr klar, dass da noch einfach ist. Okay, noch 150. Achso, damit ich dann eine bessere Wertung bekomme, muss ich dann mehr Bloons kaputt machen. Ah, deswegen hatte ich vorhin immer nur Bronze und dann plus 10%. Das ist jetzt plus 20. Schön. Ähm. 1500. Zwei Boomerangs. Ne, 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 ne. Next Wave. Oh, oh, oh. Im Amazonas. Das ist aber schön. Ich will drei Laser hauen. Ah, großer Gott. Wo kommt die auf einmal her? Okay. Oder soll ich mir die drei Laser holen? Ja, ich will jetzt die drei Laser. Yeah. Legt euch nicht mit mir an, ich habe drei Laser. Oh yeah. Oh, es ist ziemlich cool, wie die hier jetzt rumfliegen. Ich glaube, ich darf die nicht berühren. Ich habe es immer noch nicht herausgefunden, weil bisher waren die irgendwie noch nicht in der Lage, mir Schaden zuzufügen. Heh, Idioten. Alter, so viele Ballons. Alter, so viele Ballons. So viele. Und da unten ist der Tempel. Kann sein, dass das, was man da unten sieht, auch Maps aus dem Tower Defense Spiel sind. Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn dem so wäre. Oh, rote Ballons. Die mache ich kaputt. Da gehe ich durch wie durch Butter. Naja, mit meinem Laser. Da kenne ich nichts. So, und dann sterbt die alle? Die dreckigen Ballons. Ah, so viele dreckige Ballons. So viele. Ach, die können mir gar keinen Schaden zufügen. Das erleichtert einiges. Es geht nur darum, möglichst viel kaputt zu machen. Das ist doch auch mal was Schönes. Ein anderes Konzept. Gefällt mir. So, was soll ich mir als nächstes überhaupt dann upgraden? Soll ich mir noch einen Laser holen? Ich glaube, das ist ziemlich dämlich, oder? Nee, ich will jetzt den nächsten Laser. Und der kostet dann 2.500. Okay, weil ich will den fetteren Laser haben. Weil ich glaube, dann geht das richtig ab. Und wir sind ja schon fast bei den 10 Minuten angekommen. Das macht mich sehr traurig. Okay, next wave. Ich bin der Superbloon. Affenman. Yeah. Alter, schaut euch mal die Laser an. Die machen alles kaputt. Zerstörung vom Feinsten. Ich mag Zerstörung vom Feinsten. Das ist feine Zerstörung. Und jetzt fällt mir auch auf, wenn ich in die Balance so reinfliegen kann. Genau in solchen Stellen. Oder bei denen zum Beispiel, wo so viele dann auf einem Fleck sind. Da hätte ich viel mehr kaputt machen können, wenn ich einfach reingeflogen wäre. Naja. So, ihr geht jetzt auch mal kaputt, bitte. Und gebt mir jede Menge Punkte. Ich möchte 2.500 haben. Nicht mehr und nicht weniger. Genau 2.500. Ja, ja. Ich finde es aber interessant, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Dass da wirklich so viele Spiele gibt, in denen man gegen Ballons kämpft und einen Affen hat. Das finde ich interessant. Ist ein schönes Konzept. Naja. So, ihr geht kaputt. Ich will immer noch die 2.500 Punkte haben. Und dann wird es voll super. Ist die Welle schon beendet? Nein. Die ist nicht beendet. Ich muss mehr zerstören. Und jetzt ihr. Zerstörung, 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 Zerstörung. Ihr kommt doch wieder zurück, oder? Ja, natürlich kommt ihr zurück. Idioten. Haha. Ihr wollt doch wohl sterben. Aber mir soll es nur recht sein. Ich töte euch gerne. Mit Vergnügen. Okay. Noch 300 Bluns kaputt machen. Dann geht es wieder voll ab. Also. Prozentual. Zeugsmäßig. Ja. Ja, kommt. Kommt alle her. Kommt alle her, ihr Ballons. Ich verschone niemanden. Verdammt. Ist schon wieder nur Bronze. Kacke. Ich bin ein bisschen schlecht in dem Spiel. Aber das ist durchaus okay. Ich kann mir das erlauben. So. Ich würde mal sagen, diese Welle hier machen wir noch. Und dann werde ich den Part leider beenden. Und alleine weiterspielen. Ja. Ja. So sieht es aus. Dann könnt ihr nichts mehr machen. Ah. So viele Ballons. So viele Punkte. Leute. Alter. Alter. Super Laser. Bringt der überhaupt viel? Der bringt fast gar nichts. Der Super Laser. Das war ziemlich dämlich, dass ich mir den jetzt geholt habe. Shit. Shit. Blöder Super Laser hätte ich das gewusst. Hätte ich dich nicht so schnell gekauft. Da wäre ich noch bei den vier Stück geblieben. Oh. Ich habe so verkackt. So verkackt habe ich jetzt. Das glaubt ihr gar nicht. Ja. Pfeil. Oh Gott. Das ist wunderschön, was die hier machen. Mehr Boomerangs. Ach stimmt. Die Boomerangs habe ich ja auch noch. Den nehme ich schon gar nicht mehr wahr. Oh. Die Braunen gibt es jetzt also auch schon. Das ist interessant. Komm schon. Mach mehr Ballons kaputt. Enttäusch mich nicht. Fuck. Ich schieße genau mittendurch natürlich. Ich glaube, es wäre im Glücks gewesen, wenn ich am Anfang gleich mal den Pfeil aufgelevelt hätte. Wenn der jetzt höher wäre. Verdammt. Ich habe ja so verkackt. So dermaßen verkackt, was ich mit dem... Ah, Raketen. Die will ich haben. Das sieht doch schon besser aus mit der Rakete. Explosionen bringen. Ein bisschen mehr. Ein ganz kleines bisschen. Nicht wirklich viel. Wie gesagt, ein kleines bisschen. Das sind die zielsuchende Raketen. Das ist auch nett. Jetzt geht kaputt, ihr Ballons. Geht alle kaputt. Und hört auf, mich dazu zu zwingen, wieder fatale, schlechte Upgrades zu kaufen. Das gefällt mir nicht. Das war eigentlich überhaupt nicht meine Absicht. So. Punkte, Punkte, Punkte. Punkte, Punkte, Punkte. Okay, was kostet... Ah, das war's. Game over. Ja, hey, ich habe nicht genug Ballons geschafft. Okay. Dann passt das jetzt eh für ein paar Atende. Ich bin Scheiße. Bin Game over. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.